Halli, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, mein Fanalon abzunutzt. Ähm, ich möchte jetzt erstmal meine letzte gespiegelte, äh, 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 wie nennt sich das? Force, wie auch immer, möchte ich den Trick noch zu Ende machen. Damit ich, äh, gespiegelt komplett überall, ähm, 3 Sterne hab, ach genau, TAP nennt sich's. Mir fehlt auf der Glocken, sonst hab ich hier überall 3 Sterne. Und das möchte ich jetzt gar nicht machen und dann, äh, könnt ihr von mir nicht online spielen. Aber ich mach jetzt nur einen Versuch, praktisch, wenn's dann wieder irgendwie nicht klappt, dann soll ich jetzt auch auf damit, weil die Aggression muss ich dann alleine machen. Äh, hi Orden. Okay, viel Spaß neben, bye bye. Star Wars Battlefront. Ähm, ich hoffe irgendwie, dass mein Chat endlich mal gesparen wird. Das wäre äußerst cute eigentlich. Ich weiß schon wieder nicht, warum man das wieder nicht machen will, aber, äh, egal. Ach, jetzt macht was sehr schön. So, los geht's. Ich sitze ich schon eine Weile an dem Papier, aber ich hab irgendwie so ein Kink, weil ich hier noch los war. Und, um mir noch immer so ein Kofi auszupassen. Und, äh, ja, ich dachte ich sag, einfach in der letzten, letzten Klappung oder so, das ist ja auch, äh, abgekackt worden. Da ärgisch, ich halte mich ganz auf das Einzelnen hin. Ja, ja, jetzt hab ich, jetzt hab ich so ein Tier, so ein Klauerpang, so ein Klappung, so, so, Hacking World, nein, Hacking World, glaube ich grad eben. Weil ich glaub, ich hab recht viel vorzunehmen. Ja, die hat ja auch dieses, ja, dieses einfach wunderbar nicht gemacht. Und, ähm, wenn ich so ein Kofi auszupassen habe, ähm, ja, das kunden haben auch so die, äh, halt mir reached inешät kreisten, so, ja, Mann, genau, und, ähm, ich krimientochen habe malodies von ca. Und dann babaent großen Bauche und dann daí, äh,h, wegfläcken und das winepfang setzen. So, is dass wir vielleicht dann, äh, irgendwie in Leidkopf, oder? Ja, ist jetzt da auch Totalität? Ja, äh, ich hab das ja nie für dich an Körpergebot booked. Ja, hab das ja nie geradeices gerupt. Das war schon mal ein paar Wochen, weil ich das war nicht erst. Aber ich dachte ja, damals war es so gut. Die fand ich gar nicht unverschrieben. Ah, scheiße! Und dann hab ich ja noch ein paar Wochen. Da war ich ein bisschen bewusst. Da war zwei Teile irgendwie selbe. Und dann dachte ich ja, dass ich da hält. Und dann weiß man gar nicht so gut. Aber bisher hab ich halt ein paar Wochen. Ich hab auch nicht weiß. Ich hab ja gesehen. Haha, da kommt der blaue Pfand. Und jetzt geht's nicht ab. Ich hab das schon so gut. Ich hab das schon gut gemacht. Ich hab das schon gut gemacht. Ich hab's nicht gesehen. Jaaaa! Scheiße, 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 scheiße! Nein! Vor einfach. Vor einfach. Ich hab das schon mal gesehen. Moment. Ich hab das schon mal gesehen. Das war besser, ne? Das war nämlich noch die Einstellung von gestern die ich da hatte. da lag es wahrscheinlich also noch mal weil sie jetzt die antwort nicht gehört hast ich habe battlefront 2 nicht aus dem grund weil ich bisher habe ich halt doch kein star so geguckt weil ich halt bisher ja fand ich eigentlich dachte ich mal was da was ist halt voll scheiße und habe ich mir den ersten teil angeguckt und den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht echt war der total gut und der andere hat mir den zweiten teil angeguckt und dann war ich halt total verwirrt der zweite irgendwie älter als erste und den fand ich auch gar nicht so gut aber naja ich weiß nicht wie die bisherigen teile dann also danach kommen halt sind ich wäre wollte ich glaube ich schon irgendwie dranbleiben und der zweite spielte auch zehn jahre nach dem alten teil also nach dem ersten da das war seltsam äh ordentlich hört man nicht jetzt ist jetzt besser ich kann gerade nur nicht unterbrechen zu fahren ah fucking oh dumme kackpratze nein die drückt weiterfügt als ich auch noch sagen wir mal ordentlich alles hört man mich gut wie gesagt ich habe das gestern bei five nights and freddy ein bisschen umgestellt ähm und deswegen könnte es daran liegen dass das alles umgestellt war und das habe ich natürlich vergessen wieder einzustellen weil ich eigentlich dachte das ist nur für diese ähm bildschirmaufnahme dafür würde ich zum letzten haa perfekt abgewählt man noch ein röntgen so jetzt habe ich auf den bildschirm gekauft nein äh ich habe ja ein mega vorsprung einfach das geht gut der der dass wir dann alle mit die bis auf hier. Hier halt noch nicht, weil ich halt immer kurz vorm Ziel irgendwie getroffen wurde und ah, dann habe ich halt oben abgebrochen. Kann ich so schnell tippen, weil ich auch zocke. Achso, alles gut. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Passt schon. So, nächstes Rennen. Und nachher gebe ich mich ja wieder den gruseligsten Game ever. Also was heißt ever, aber das Spiel hat es halt schon mega in sich. Five Nights at Freddy's. Aber es macht ja erst Spaß, wenn ich es dann so gegen Abend zocke, weil jetzt ist es ja auch ein bisschen hell eigentlich. Bei mir gerade nicht, weil ich meine Rolle runter gemacht habe, aber sonst. Piep. So, jetzt komm. Los geht's hier. Ich glaube, das vorletzte Sprint ist jetzt, glaube ich, ne? Bumm, die Korb jetzt wirklich switcht. Nein! Ihr regt mich nie! Komm, fahr meine geile Bananen rein. Bananen sind super. Zum reinfahren. Bam. Aber zu Star Wars, wie gesagt, das hat mich halt verwirrt, dass der zweite Teil älter war als der erste vom Jahr her und dass er aber trotzdem zehn Jahre nach dem ersten Teil spielt. Das war halt total komisch. Und dann waren es auch wieder andere Schauspieler und boah, nee, komm. Ich weiß gar nicht, ob der dritte Teil von Bananen ist. Ich meine, war 2080 der zweite, hallo, und der erste von 99. Woop. Komm schon, nein, 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 nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Hat der mich ja trotzdem getroffen? Man weiß es nicht. Ey. Du kriegst mich nie hier. Warte. Es kann doch nicht sein, dass Toad einfach besser ist als Yoshi. Natürlich war ich auch genau in diese dumme Banane rein. Hey, na klar. Frag mich auch 50 Meter weiter nach hinten. Ernst? Und zurück ist die erste, zweite Runde. Ich kann mal noch eine Runde auf, bitte. So. So. Und nochmal. Oh nein, 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 nein. Oh komm schon, nein. Nein. Äh, vom zweiten auf den siebten, ganz ehrlich. So. Ran hier. Schnell. Ach, mach doch. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Das kann ich sehen hier. Oh, schnell. Nein. Nein, 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 nein. Fress, fress, fress. Fress die doch alle. Oh, das war's. Scheiße. Nein. Ach, nö. Also das probiere ich jetzt trotzdem nochmal. Das war ja echt ärgerlich jetzt. Und dann, aber dann spielen wir wirklich online. So, ich möchte trotzdem beim guten Yoshi bleiben, aber ich hätte ihn gern in... Nein, nicht in rosa. Bäh. Nicht in rosa, bitte. Ich hätte ihn schon gern in... Eigentlich ist das für mich türkis so ein bisschen. Ähm. Wir bleiben dabei. Wir nehmen wieder einen Glockenkapp. Und los geht's. Das kann ich angehen hier, dass ich das hier mit den drei Sternen hinkriege. Hallo. Das muss ich packen. Hm. Korpas Großstadtpieper. Das hatte ich ja ohne Probleme geschafft eigentlich. Und die zweite auch. Nur in der dritten hat es halt umgehabert. Ach ja. Und wenn da was knallen hört, dann ist das mein Ofen. Ähm. Ich hab leider keine Heizung, so wie ihr. Ähm. Ich hab noch einen Öl im Ofen. Und wenn es draußen extrem stürmisch, haben wir auch angesagt. Und das pfeift halt bübel zu diesem Ofenrohr. Und ja, keine Ahnung. Dann knallt er manchmal halt so. Und stinkt. Das ist halt so der einzige Nacht her. Aber ich mein, wenn im Winter bei euch die Heizungen ausfallen, falls es zu kalt ist, dann hab ich halt immer noch meinen Ofen. So. Wir wollen halt noch in einem sehr alten Haus. Also es ist 100 Jahre alt. So. Wow. Scheiße. Wuuu. Ich mein, 100 Jahre für ein Haus ist schon ganz unstattlich. Ja, eigentlich ist es ja so Miete. Aber ja, wunsch keiner weiß, dass es genau so eine Kurs ist. Also, dann passt das. Wow. So, naaach zwei Runde und bin natürlich wieder in Toad reingefahren. Kann das sein, dass es ja momentan an der Spitze jetzt ist? Und genau in der Nähe. Genau wie vorhin. Da war auch ganz vorne. Hm. Da steht einer die Welt. So. Erster. Wundervoll. Körper richtig nehmen, damit es mich hier wieder raushaut. Ne, hier hat es nicht mehr rausgekommen, glaub ich. Nein! Genau daraus bin ich wieder raus wie immer. Ähm. Weiter, 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 weiter. Hey. Alles gut bei dir? Ja, ich lese gleich die andere Nachricht. Ich muss das erfahren. So. Nein, 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 nein. Ah, fucking. Na ja, natürlich treffen mich natürlich beide. Ey, Toad. Was tust du da? Ich wünschte, ich könnte übelst gut zeichnen. Da könnte ich immer übelst coole Avatare malen. So, ein Chibi-Ski oder so. Aber, ich kann leider nicht so gut zeichnen. Ein bisschen, aber nö. Ah, jetzt fahr, 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 fahr. Oh, jetzt mache. Oh, bitte nicht wieder runter. Loschi. Nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Fahr, 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 fahr. Gib Gas. Gib doch verdammt doch mal Gas, Mann. Oh, es wird knapp. Ja. Sehr gut, sehr gut. Fahr, 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 fahr. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht kurz zum Ziel. Oh, ja, aber alter war das knapp. Ähm, mein Freund ist AFK und muss jetzt warten bis, was, bis wir zocken. Alle anderen 15 sind aber bereit. Okay. Und das geht wo online oder was? Ist das, ist das für PS4 oder für welche Konsole ist das? Ja, bei mir geht auch nicht sonderlich was. Ah, wie so ein der PS4 oder Darn habe ich auch. Also Wizen eher gesagt. Aber ich habe da nicht so lange gezockt eigentlich, weil ich mich mit dem Anfang recht schwer tue. Nein, fahr. Ja, hier über die Beschleichung und so, das finde ich halt voll, voll schwierig. So, jetzt komm. Aber das ist doch gut. Ich habe die ben blind und Col 세iyorum angegelt in der Reifen, vor allem. Ich war natürlich in seine Bananenreihe, ne? Aber der verteidigs überhaupt nicht meine. Ah... Das bin ich, das bin ich, das bin ich... Nein! Ich friff jemand anderen aber nicht mich. So, kapisch? So, jetzt muss ich nur noch den ersten kriegen. Ich glaube des ist natürlich des Tod. Als wäre es nicht möglich gewesen. Und so die, die jetzt eingeschaltet haben, streame dann gegen 18, also 38, nochmal Five Nights at Freddy's. So ich dann, dass ich nach 2 schaffe und nach 3, also das habe ich mir als Ziel so gesetzt. Noch eine Runde. Hey Foxy, ich konnte dir vorhin bei deinem Kommentar nicht antworten, weil ich über das Handy irgendwie nicht mehr im YouTube antworten kann, keine Ahnung warum. Ähm, deiner Frage, ja, Five Nights at Freddy's Con, und zwar denke ich gegen 18, wow, wahrscheinlich ja gegen 18, weil das. Oder, oder auch kurz nach 18 Uhr, keine Ahnung, würden irgendwas untertreiben, könnt ihr euch bereit halten. So, die schaffe ich aber jetzt los. Perfekt. Ähm, ich habe doch gerade geantwortet. Also, wenn du jetzt vieles erzählt würdest, wie ihr wisst. Kommt gerne irgendwann bei euch an. Also, wenn du dann wieder dabei sein möchtest. Ähm, ich wollte eigentlich auch da mit einem über, keine Ahnung, über, ja, keine Ahnung, Discord labern und dass der mir dann hilft quasi. Aber, ähm, ich weiß halt nicht, wie ich den Discord Quatsch Sound in OBS einfügen muss. Muss ich das wahrscheinlich lassen. Weil ich echt keine Ahnung hab, wie ich den da reinfügen kann. So. What? Jetzt komm, jetzt bin ich erster. Das wird doch. Was richtig cool. Das, der Stream hier oder, oder das, äh, hier Five Nights at Freddy's. Jetzt muss ich immer dann denken, dass es ein Erster ist. Oh nein! Aber jetzt werde ich doch hier meine drei Sterne mal endlich packen. Ich brauche einfach mega viel Vorsprung. Und wenn mich dann dieser, dieser blaue Panzer trifft, dann stört mich das überhaupt nicht mehr. Und das war gerade noch so vieler, ob das interpretiert worden wäre. Wir haben schon. Dieses Zintenzeug, das stört mir überhaupt nicht, weil es eigentlich immer so fällt, dass man relativ normal noch gucken kann. Das passt eigentlich. Und danach gehts ans Online-Zocken. wer mit mir ausspielen möchte. Also wer jetzt den Switch hat, sag ich mal, weil das ist ja Marika für den Switch. Aber jetzt wäre es aus als vorhin sehr gut. Der trifft hoffentlich meine anderen Dinger. Sehr gut. Perfekt. Dann nur noch eine Runde. Nein, ein Rennen. Dann hat es geschafft. Ich sehe nichts. Kacke. Triff den bitte. Ja, wundervoll. Jetzt bitte nur noch das Ziel schaffen. Oh nein, da kommt der blaue Panzer. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, bitte nicht. Nein, scheiße. Nein. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Fahr, fahr. Oh. Mach schon. Ja. Ja. Juckt mich auch meistens nicht. Aber wen juckt auf die Tinte, ne? Da gibt es dieses blaue, runde Ding mit Stacheln, was ein Mehrnerv. Das nennt sich blauer Panzer. Das ist einfach zehnmal schlimmer. Letztes Rennen. Und weiter geht's. Letztes Rennen. Toads wieder an der Spitze ganz vorne. Das wird ja aber nicht mehr lange sein, weil Tottenham Lusche ist. Genau wie Peach. Und den habe ich sogar getroffen mit dem Coolpanzer. Wie nice. Ich treffe eigentlich sonst nie mit dem Coolpanzer. Echt nicht. So, los geht's. Speedrun hier. Ich weiß nicht, wie ist es Speedfahren oder so. Äh, waaas habe ich daran zugetroffen. Ha. Auf wenigstens hat es tot getroffen. So muss es sein. Der heißt Blue Shell. Nein, für mich ist das immer blauer Panzer. Blue Shell ist einfach nur Englisch für blauer Panzer. Es ist ja ein Panzer. Es ist einfach ein Schildkrötenpanzer. Du dummes, dummes Ding, alter. Du dummer Geist, man. So. Ich glaube, wenn man mit einer der längsten Sprecken denkt. Ey, jetzt kommt schon wieder so blaues Ding. Nein. Ich habe die wenigste Bombe ab, alter. Nö, Mann. Nein. Natürlich, sie trifft mir nur der andere. Wen juckt zwar. Wen juckt. Natürlich noch Träten, na klar. Er hat so eine Meise. Aber es kann doch ja auch nicht sein. Hey. Ich bin sie total. Und du auch tot. Natürlich. Ey, es kann nicht sein. Oder Träten. Dann ist es auch gut. So, jetzt kriegst du ihn ab. So, perfekt. Das ist doch die beste Each-Item-Kombination, die es gibt, Mensch. So, jetzt ist das Ziel. Na, ich habe es geschafft. Oh ja. Oh je, oh je. Yeah. Hey, Nintendo Game 64. Alles gut bei dir. Du bekommst ein Startboost, wenn die zwei verschiedenen... Was? Wenn die zwei verschwindet. Der Geist heißt Buhu. Ich weiß, was der Geist Buhu heißt. Ich habe überall drei Sterne bekommen. Ich habe überall drei Sterne. Und jetzt können wir online fahren, wer Mario Kart hat. Ansonsten mache ich hier weiter mit 200 ZM. Und, ähm... Mach das auf drei Sterne alles. Du hast in jedem Grand Prix gespiegelt mindestens einen Stern erhalten. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Uuuuuh. So, wundervoll. Jetzt können wir uns diese Schönheit nochmal angucken. Ähm, Grand Prix. Hier, 50, 100, 150 und gespiegelt. Yes. Jetzt fehlen nur noch 200 ZM. Aber ich gucke jetzt erstmal, ob jemand mit mir online fährt. Aber ansonsten mache ich einfach mit 200 ZM weiter. So. Wer ist denn alles da? Ähm. Keiner. Aber vielleicht mit joinen wir dann jemand. Zocken erstmal auf... Und mal, habe ich nicht eigentlich das Turnier? Ach nee, wenn ich da alleine bin, geht es ja nicht. Ähm. Ich zocke ein Rennen nochmal. Ich nehme wieder meinen blauen Yoshi hier. Das passt alles so. Komm, finde schnell Spieler, Mann. Toads Autobahn. Ähm. 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 Das hier. Weil Toads Autobahn ist einfach so schwer, wenn du mit Autos fahren musst. Also Gegenautos quasi. Die fahren ja im Gegenverkehr. Die fahren in deiner Richtung. Die fahren einfach übelst durcheinander. Das ist so schwer. So. Linus, Lena, Coco, yeah. Und Mega Momente sind online in einem Rennen. Ey, das ist ja cool, dass auch mehrere Deutsche mit mir drin sind. Sonst habe ich immer Ausländer einfach mit drin. Ganz viele. Komm. Mach schon. Los geht's. Ja, ich weiß, weil ich auch Gruß bekomme. Jetzt habe ich erstmal deine Nachricht verstanden, was du damit meintest. Also schön hier oben lang fahren, weil das ist einfach der sicherste Weg, um ein Auto zu entgehen. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du hier oben auf irgendeinen Geheimweg würde, wo du auch mal fahren konntest. Aber ich weiß, wo oben wo der war. Ich glaube, du musst auf irgendein Auto springen. Es gibt so eine Rampe. Und dann konntest du hier oben auch irgendwo lang fliegen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Auto das war. Das war es nicht. Hä? Hey. Seine Anzahl hat den Tor von vorne aufgetroffen, diesen Linus. Wann? So muss das? Alle gegenseitig abballern mich, wenn möglich nicht treffen, damit ich hier unter Nassau sein kann. So, der trifft mich, als ich etwa war. Genau dieses Auto ist das, was wir da hochfahren müssen. Genau das. Das bringt uns dann eigentlich immer auf diesen einen Weg da. Oh Gott, der ist doch gleich hinter mir, das Linus. Verpiss dich. Geh weg. Kriegst dich niemals. Scheiße. So, jetzt. Ey, nein, nein, nein. Fahr da hoch, fahr da hoch, fahr da hoch. Was? War das denn hier irgendwo? Keine Ahnung. Müsste ich bei den anderen Spielen auch folgen. Vor allem bin ich von Platz 1 zu Platz 7 gerutscht. Wie scheiße ist das denn? Nein! Ey, die fahren auch alle übelst unfair. Ey, nein, 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 nein. Oh fuck, nein, nein, nein. Das kann doch nicht sein. Ich kann mich doch jetzt nicht hier als gespiegelter Fahrer mit überall drei Sternen so dumm anstellen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. So. Waff, 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 waff. Nein, 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 nein. Ich fahm zu. Hier, da bin ich jetzt im Endeffekt. Fünfter. Äh, ich weiß, wie du Five Nights at Freddy's Livestream nennen kannst. Weiter mit meinem Horrorfreunden. Wie, du meinst jetzt, also Livestream mit Five Nights at Freddy und dann meinst du, ähm, weiter mit meinem Freunden oder so. Achtung, weil sie legt ein Part quasi. Ja, kann man machen eigentlich. Hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Und wir nehmen Joshis Piste. Wenn jetzt hier mehr keiner joint, mache ich jetzt wirklich mit den 200 CCM weiter. Hier ist ein Typ, der fetzt ja mit diesem langen Bart. Oder was das ist. Ach, der Fuze. Animal Crossing Dorf. Na gut. Wie gestern, da bin ich auch mal hier gekommen, so ein bisschen mit ein paar Freunden. Und da hatte ich auch ständig dieses Animal Crossing Dorf, aber wirklich ständig. Ich habe keine Ahnung, wonach das geht hier. Perfekt. Das lief doch gut gerade. Und das erste war perfekt. So, ich treffe ich erstmal, damit du mir nicht mehr auf den Sack gehst. Wie? Wie können die den bitte abblocken, wenn die kein anderes Item haben, um das abzublocken? Dann gibt es ja irgendeine Tasse, die ich da trinken muss. Das habe ich schon jetzt für mehreren erlebt. Fühlt sich auch immer krass, weil der Psycho heißt, irgendwie. Nee, 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 nichts da hier. Das kann so schön fett knicken. Oh Gott, die haben alle bei dem roten Panzer. Sehr gut. Jetzt habe ich nur noch diesen Nidus von mir und den hat die Erfolge eingeholt. So, den treffe ich jetzt erstmal schön. Dann wirft die Bombe endlich ab. Ich kriege sie eh nicht ab. Hopp dich. Na komm, jetzt wirft doch mal deine Bombe ab, Mensch. Das war so gut. Ich hätte mal filmen müssen. Das war gerade so eine geile Stelle einfach, damit er in die Luft fliegt. Ich wusste gar nicht, dass es funktioniert. Ist ja geil. Jetzt habe ich Vorsprung. So ein bisschen hatte ich Vorsprung. Ich glaube, ich werde schon mal mit dem ersten Platz ins Ziel schaffen. Zumindest, wenn kein blauer Panzer kommt und wieder ein blauer Panzer kommt, habe ich die Arschkarte. Nein! Fört sich, überholt dich. Ah, scheiße. Muss ich doch in diese Dome-Banane-Folz fahren? Dein Ernst? Dein fucking verdammter Ernst? Ey, buh, ich kann so auch gleich nicken. Nein! Ah, egal, egal, egal. Ah, finde ich, dass ihr eure ganz geilen Items hier habt. So. Ach, scheiße, als neunter. Achter. Na, was ist da denn? Ach, komm. Oh, meine 2005 Punkte gehen zugrunde. Ah. Das ist leider nicht so cool. Was gibt's noch? Eigentlich sind die alle kacke aus. Oh, so Excite Station. Das könnte man doch noch zocken. Fünf, drei, zwei, eins. Da unten links ist sogar das Geld-Logo. Ja, das ist ja das Coole. Und vor allem, es klingt auch einfach so, wie dieses Anime Crossing-Geld. Ist auch so, wenn du in dieser, in Hyrule bist, hier, in dieser Hyrule-Strecke, wenn du da diese Diamanten da einsammelst, da klingt es genauso, wie in Zelda. bei Rina hat es wahrscheinlich Rina nicht mehr hingepasst. Ähm, Yes, you can join now. Ähm, you need my friend's code, right? A little moment, please. Ich hoffe, dass dein Nintendo auch Deutsch versteht, weil, ähm, ich kann nicht so gut Englisch, aber wirklich nicht. Also, ich verstehe recht viel, aber ich kann, ähm, ganz schlecht reden in Englisch. Ganz schlecht, weil ich halt immer, ich habe so Probleme mit der Grammatik, mit der, mit der Satzbaufolge und alles, das ist, bin ich voll schwer. Weiter geht's. A little moment, please, Nintendo. Hey, King Bear, Bambus, alles klar bei dir? Ich konnte vorhin auf deine Kommentare auch nicht antworten, weil ich mit dem Handy nicht mehr auf Kommentare antworten kann. Keine Ahnung, was da los ist. Muss ich erstmal wieder gucken. Ich kann es halt irgendwie nur am Rechner. Äh, Warte, wait, äh, Nintendo. Little moment. Ich muss erst das Rennen zu Ende machen. Gerade wahrscheinlich geht es eh nicht erst, da man. Wenn jemand meinen Code auch hat, kann er mal gerne hier posten. Da brauche ich nicht immer seine Kamera zeigen. Also, das ist eine Kamera zeigen, hier im Livestream. Wer ein Herz kann, darf ich gerne posten, wenn er schneller ist als ich. Weil ich mache jetzt erst das Rennen zu Ende. Nein, Scheiße, nein, Scheiße, fahr, fahr, tritt bitte irgendjemanden. Oh, nein, fahr, 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 Nein, 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 nein! ��, wenigstensmediens 5. fünfter wäre schon viel cool eigentlich. Hey Kasim, alles gut bei dir? und frohes neues Jahr. Ich würde sie schon noch nicht gesehen haben an an Kasim und an Kinkbärvambus und frohes neues Jahr und an Gaming Happy New Year! so, jetzt komm. was steht hier and is in tournament original global was heißt global auf englisch wartet ich zeige kurz meinem freundescode und dann geht's los ich hatte in der letzten key eine 1 ach klassenarbeiten 1 sehr gut herzlichen glückwunsch hier ist mein freundescode also hier so schnell abschreiben foto machen take nintendo take a picture und los geht's weiter so hat genug gezeigt so kumo weiter kumo weiter wir nehmen definitiv die kumo weiter weil ich mag kühe danke kasim und sei der guten neuer jahr gekommen ich hab letzt also silvester total blöd da waren da gab worten wieder diese polenbölle abgeschossen so und ich habe einfach gedacht also die leuchten ja auch so grell da habe ich einfach gedacht das war einfach nur so eine biene und ich gucke natürlich da voll rein ey das war so hell und so einfach so laut ich dachte ich höre erstmal nichts mehr es war wahnsinn also diese polenböner sind echt krass die haben es echt in sich bitte kumo weiter ach nein die streng geht auch alles ist besser als der andere kack da also wer joinen möchte darf gern join ich kann auch mein freundeskurs ja nicht posten weil keine ahnung ich hab's immer nicht so schnell den abzuschreiben ich wollte wie gesagt dann mein nightbot dazu bringen dass der den alle paar minuten postet zumindest wenn jemand schreibt friendcode dann wollte ich den eigentlich mal so einstellen dass der den halt postet aber ich hab keine ahnung wie man das macht oh verdammt büchse sind toll ich bin schon wieder total müde ey aber für 5 nights at freddy ist nie zu spät NIEMALS so gr the pro ist hier ähm jen young gamer yes you can ähm foxy bist du mit mir auf den switch verfreundet ansonsten könntest du mal echt diesen ähm meinen freundeskürger posten weil wenn jetzt wirklich mehrere dazu kommen ähm da wär's echt günstig wenn das immer irgendjemand postet weil da muss ich nicht ständig aus dem menü raus und vor allem beim rennen macht es sich halt wirklich blöd oh jetzt fahrlauf was glaub ich wie freu sich bestimmt nur weil ich dann um uns rumfailer will komm fahr 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 yay kaum fünfter wenigstens den einen könnte ich noch davon holen den player die au fünfter hab ich's geschafft vier sogar nice weiter 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 ah ich hab leider keine switch okay kein Problem dann zeige ichs gleich nochmal in der Kamera So, hier Jan-Jan-Jan-Glemo für dich. Mein Freundes-Code, ähm, wahrscheinlich posten einfach mal 3052-6036-7052 und teilen. Ähm, ich nehme alles, das ist kacke, ähm, zufällig. Was hast du durchgespielt? F, ach so, Five Nights at Freddy, ach so. Den ersten Teil oder alle Teile? Lüüb. Oh, bitte Zufall, bitte Zufall, bitte Zufall. Schade. Da, die Regenbogenstrecke ist so kacke. Minato. Minato war das nicht dieser edelböse Typ aus? Ähm, Naruto? Hieß er nicht auch Minato? Ah, ne, 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 sorry. Minato war doch der Vater von Naruto. Hab ich jetzt verwechselt mit. Keine Ahnung. Stimmt, Minato war der Vater von Naruto. So rum. Ach, alle Teile, sehr gut. Ähm, ich muss erst mal gucken. Das Blöde ist halt, wenn ich hier auf Five Nights at Freddy, ähm, streame. Wenn ich das Bild im, oh, Broadcaster anpasse. So. Und dann das Spielstarter verschiebt sich das alles wieder. Und ich hab halt recht zum blöden Rand. Wenn ich es aber wieder umstelle, ähm, komm ich wieder aus dem Menü raus. So, aus diesem Five Nights at Freddy's Menü und komm wieder zum Startbildschirm an meinem Computer. Und das macht sie einfach einstellender Größe irgendwie blöd, weil sie es wirklich jedes Mal verschiebt, einfach. Gucken, ob ich es nachher auch wegen kriege, dass dieser Rand weg ist. Aber ansonsten müsst ihr es halt mit Rand nehmen. I'm sorry. Aber bisher ist aber von den beiden noch keiner gejoint, eigentlich. Die wir joinen wollten. Der weiß. Vielleicht sind wir so langweilig, weil es ein deutscher Stream ist. Und ich einfach, was kein Wort Englisch spreche eigentlich. Klar können die immer Streams auf Englisch machen, aber, ähm, nein. Da kommt überhaupt nichts Gutes bei Rom. Oh Gott. Bitte. Ich bin sogar noch vorbeigekommen, ist ja nice. Etwas sind das ja alles nur schlechte Spieler oder ist es einfach nur gut heute? Dass ich wirklich unflärst und rein bin, einfach. Aha. So, noch 20 Minuten streamen und dann Pause und dann geht es mit 5 Minuten und 20 Minuten weiter. Was? Was? Erster? Schnell, schnell. Wow. Komm ich jetzt als erster ins Ziel? Ey, das wäre ja so geil, Mann. Yay, los, 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 los. Yay. Ist ja fett, also. Geil. Mein Auge juckt total. Ich bin gar nicht. Und wenn du nicht. Ich bin gar nicht. Ich bin gar nicht. Ich bin gar nicht. Nö. Okay. Wer weiß? Glaube hat das Fährmann. Ich habe einfach die beste Kronen der Welt auf meinem Kopf. Weil ich so gut bin, so schlau, bin so schlang und prang. Nein, 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 es war Tiki. Oder wie ging das Lied? Schau vor der links und schau vor der rechts. Und nicht vergessen, die Willi. Ich sage euch gleich, wie der Text geht. Warte. Weil wir so schön sind, so schlau sind, so schlang und prang. Wer mal miss bei Kiki. Schau vor der links. Und schau vor der rechts. Und nicht vergessen, die Soap. Eine weitere Zeit. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Und touch und push. Und touch und push. Und schau vor der links. Und schau vor der rechts. Und nicht vergessen, die Willi zu den Reels. So gut das Lied einfach. So, das hetzt mega. Ich habe mich damals schon kaputt gedacht. Und das ist bei geiles Strecke hier. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. 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 Und jetzt weiter geht's hier. Und Speed hier. Auf allem wundert mich, warum heute so viele. Ja, Amerikaner oder Engländer, warum immer so viele auf meinen Kanal kommen. Vor allem, ich gucke mir nie ausländische Screams an, weil ich eh lieber verstehe. Also könnte ich wahrscheinlich, aber... Naja. Was sitzt man im Scream, wenn ich halt nichts verstehe davon? War halt immer ein kühler Kopf. Ja, versuch ich dann. Ich versuch's einfach. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Warum, warum treffen wir einfach zwei hintereinander? Kann das hier einfach irgendjemand andern treffen? Und ich muss natürlich immer mich treffen, ne? Irgendwie scheiße. Ich freu ich da eigentlich mal so einen Moderator, wenn irgendjemand, der immer meinen Streams guckt. Immer zu jeder Zeit und der halt... Keine Ahnung. Der halt meinen Freundescode zweiter schickt und Fragen beantwortet, die ich jetzt grad nicht beantworten kann. Aber ich glaube, ich kann nicht viele Abonnenten, aber... Das ist halt trotzdem recht günstig eigentlich. Zumindest für den Freundescode, weil ich halt meinen Nightbot irgendwie nicht eigentlich nicht kriege. Also da kann das sicher nicht, aber ich weiß halt überhaupt nicht, wie ich so machen muss. Ich comeche... Ich höre tot. What? Warum nennt sie sichizei immer so Vogeltot? Voll seltsam! Ähm... Das ist toll, ja, ja, komm. Who the fuck? Dann. Ah ne, bei dem Lied, das ging ja so weiter. Ja. Das ist trotzdem ein geniales Lied, einfach. Äh, was nehmen wir denn? Große Drachmauer, Steinblockruinen. Ich glaube, wir nehmen Steinblockruinen. Ping, 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 ping. Ich freue mich schon auf den Five Nights at Freddy's Lifetime. Ja, ich freue mich auch schon, wieder rumzuschreien einfach. Ohhhh... El Villachos ist drin. Der Name ist auch geil, klingt ein bisschen spanisch so. Oh, nein. Prysa! Das ist ja noch nicht geschlossen, da komme ich ja noch nicht lang, das wird ja irgendwann später geöffnet, glaube ich. Ich glaube, ab der zweiten oder dritten Runde wird es sein. Ah, Alter. Lass ich dich ablenken. Eigentlich sollte ich das nicht schreiben. Naja, mit dem Ablenken ist es halt irgendwie so. Ich weiß ja nicht bei Pfeiffer, dass es völlig ist, wie das so ist. Irgendwann guckt hier halt der Bär dann so ins Bild, also da ist er noch so halb durchsichtig. Keine Ahnung, ob die dann halt schon weiter drin ist im Raum oder ob das einfach nur ist, um die halt Schreck einzujagen. Weiß ich halt nicht. Ah, jetzt genau auf der zweiten Runde war das. Perfekt hier. Und jetzt die noch abschießen und dann den Kolben überholen. Hab ich mich jetzt selbst damit getroffen? Oh man. Oh man. Stream hab ich ja gesagt, dass der so, keine Ahnung. 10 nach um 6 oder so. Oder um 6. 10 nach um 6, um 6 rum. Muss ich halt erstmal alles einstellen und nochmal... Ja, keine Ahnung. Schon noch ein bisschen entspannt vorher. Was? Ich kann hier runterfallen? Scheiße, jetzt hab ich mir nicht aufgepasst. Nein. Blöd, Alter. Vom dritten auf dem zehnten. Nein, von so weit ich gerade nicht aufgepasst hab. Blöd. So, achter, siebter. Ja cool, wenn ich die 6 rum noch kriegen würde. Schade. Tadelu. Vor allem gestern hatte ich irgendwie noch 186 Abonnenten. Jetzt hab ich gleich wieder 189. Voll krass. Ich würde echt endlich mal die 200 schaffen, damit ich endlich mal mein geiles 200 Abonnenten-Special machen kann. Das wär echt mal nice. Aber wer weiß, in welchen Jahrhundert ich das noch schaffe. Ey, Mossi. Na, alles klar bei dir. Schade ist auch ein Zuschauer. Schade ist auch ein Zuschauer. Dann müssen wir mal was zusammen machen, dann hast du schnell die 200. Naja, dann lass mal irgendwas machen. Weißt du, wenn ich mit jemandem bei Discord trete, weißt du, wie ich das in OBS einfüge, dass man den auch hört? Weißt du, wie das geht? Da hab ich nämlich auch keine Ahnung von. Und ich wollte eigentlich auch meinen Nightbot so machen, dass der halt alle paar Minuten, nur wenn jemand schreibt Friendcode oder Freundescode, dass der halt meinen Freundescode automatisch schickt. Bei manchen Leuten macht der Nightbot automatisch irgendwelche Sachen. Und das wär halt übelst cool, weil das meine auch macht. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Und müssen wir wieder bei Skype gequatschen oder so, wenn du das kannst. Irgendwann. Nervous fühlen mich ja übrigens noch Five Nights at Freddy's so gegen... Wie spielt Hammer es? Ja, keine Ahnung, gegen 18 Uhr oder 18.10 Uhr so einfach. Einfach so, weil du ja dein Desktop-Auto aufnimmst. Ach so. Also kann ich einfach hier irgendwie Discord laufen haben. Und dann nimmt's automatisch das auf. Ah ja. Ja. Das hab ich echt nicht gewusst. Und ähm, ich hab ja noch nie mit meinem PC so aufgenommen mit dem Ton her. Und... Ich weiß auch nicht. Ich streame ja über... Du machst es ja mit zwei Bildschirmen. Und der Ton vom Five Nights at Freddy's, wenn du diese Computerspielleute über den ersten Ton. Und ich weiß halt nicht, wie ich den Ton da aufnehmen soll. Weil gestern hat das, glaub ich, überhaupt kein Ton gehabt, das Stream. Ich weiß halt auch nicht, wie das geht. Also da hat sich zwar mein Glab aufgenommen, aber ich glaub, ich bin die GameCode halt nicht. Oh, ich bin Zweite, aber sehr gut. Ich merke da einfach nach und aber kurz rum. Hey, ich bin Erster. Yeah. Ihr kriegt dich niemals. Nein. Ach, scheiße, ich hätte den da hinten schießen können. Ah, ich hab ja mehr. Ist ja geil. Lamp. Ich zeig dir mal in Ruhe. Ist alles Magie. Naja, das glaub ich dir gern. Ich kenn mich ja wirklich mit sowas überhofflich aus einfach. Ich kenn mich ja wirklich mit sowas überhofflich aus einfach. Ja. Ach, fahr, 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 fahr. Wie blöd. Wie blöd. Und, wie blöd, fahr, 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 fahr. Okay. Äh, wir nehmen... Hatten wir alles eigentlich schon. Zufall! Bis dann, Maussi. Schön, dass du da warst. Kannst du mich grüßen? Ich habe einen schlechten Tag. Oh, okay. Schöne Grüße an King P.H. Bambus. Was war denn los bei dir heute? Ähm... Ich spiele... Was? Achso, Yoshi's Woolly World. Yoshi's Woolly World habe ich auch. Ist auch voll schönes Spiel. Ich hoffe mal, dass die das mal irgendwie noch für die Switch bringen. Das wäre halt voll cool. So. Was hat die denn eigentlich für ein geiles Auto? Ey, das sieht ja nice aus. Das kriege ich bestimmt, wenn ich so sämtlichen Kram hier fertig gemacht habe. Aber praktisch fehlen mir nur noch diese 200 ccm mit 3 Sternen. Dann habe ich ja alles eigentlich... Nein! Nein! Elfter. Was ist da los? Das kann doch nicht sein. Vor allem... Das ist so mega rutschig einfach. Das steuert sich so schwer. Ihr kennt das. als wäre die Gameravel wäre Talbein. Und jetzt ist da line dann, ob es ist so cansw второй Spaß gezeigt? Da ist die Sendung. Komm, den Elvillatus kriege ich doch. So, hier weiß ich gar nicht, was für die genaue Abkürzung ist. Das hier und das andere. Ich nehme einfach immer irgendeinen Weg, der mir gerade so als Kurs erscheint. Aber ob es da welcher direkt oder kürzest ist, weiß ich bis heute noch nicht. Oh, fuck, 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 scheiß Baum. Oh nein. Ah, du kannst dich treffen, wie du willst. Was? Ach, scheiße, weil mein Item zu Ende war. Fuck. Fahr, 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 fahr. Mal ausgebrochen. Oh je, wie hast du das hingekriegt? Und die Besseren an dich kinken, Herr Bambus. 2.000, 2.000 Punkte, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ähm, schon komisch, wenn mir das Team empfohlen wird, nachdem ich Tanzerboot geschaut habe. Ja, schon komisch. Aber eigentlich habe ich nichts mit Tanzerboot am Hut. Also zumindest immer, glaube ich, nicht ähnlich. Aber schade, brauner Marrock, dass du jetzt einschaltest, weil jetzt ist der Stream vorbei. Sorry, aber vielleicht bist du nachher im Stream von Five at Nights. Ja, Freddy at Five Nights oder so, wie das auch immer heißt dabei. Gut, wir sehen uns dann nachher. Bis später. Ciao. Ciao. Ciao.